Ja, eine Frage trudelt hier in den letzten Tagen ständig ein. Einerseits in allen meinen Postfächern, andererseits sehe ich sie auch auf Social Media die ganze Zeit. Welches iPhone 15 Pro hatte nun die bessere Kamera? Das Max oder das nicht Max, das normale Pro? Ja, überall wird diskutiert und mit Superlativen nur so um sich geworfen. Ich dachte, es ist eigentlich ein ideales Video, um da diesen Sonntagmorgen mal ein bisschen drüber zu plaudern. Ja, wir haben es in der Review schon gestreift, das Thema. Wobei, Review ist ein bisschen hochgegriffen. Einfach im Video, wo ich halt die neuen iPhones das erste Mal gezeigt habe nach fünf Tagen. Aber da ist ja noch nicht so abschließend Review-mäßig alles. Also, reden wir doch über die Kameras im 15 Max und im Nicht-Max und welche denn nun besser ist. Spoiler, wir können es ganz kurz zusammenfassen. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen albern, diesen Vergleich überhaupt zu machen. Weil es ist ein bisschen so zu sagen, wie das Auto mit der höheren Höchstgeschwindigkeit ist das Bessere. Oder die Kamera mit mehr Megapixel ist die bessere Kamera. Nein, einfach dieses Zoom-Vergleich reicht nicht. Ist ein bisschen, ich habe sie wieder mitgebracht, meine Festbrennweiten für meine Sony A7, die ungefähr den Objektiven der neuen iPhones entsprechen. Ich mache mir den Sonnenschutz noch weg, dann sieht es ein bisschen vergleichbarer aus. Das da ist ein 85 mm, was in etwa plus minus dem Teleobjektiv im iPhone 15 Pro entspricht. Dort ist es 77 mm umgerechnet auf Vollformat. Aber wir wollen hier ja nicht Millimeter rechnen. Also das ist ungefähr das. Und das hier entspricht in etwa dem Fünffach-Dele, was im Max-Modell ist, was ein 120 mm ist. Das hier ist ein 135er. Käme ich jetzt auf die Idee zu sagen, das da ist besser als das da? Nein, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, die man für ganz unterschiedliche Sachen nutzt. Jedes von denen hat halt seine Stärken und seine Schwächen. Beispielsweise, das da ist ein 135er, das kann Sachen, die weiter weg sind, grösser machen. Das da ist ein 85er, das kann Sachen, die weit weg sind, ein bisschen grösser machen, aber weniger. Dafür hat das hier noch einen kleinen Trumpf. Das hier hat eine 1.4er Blende, was ein bisschen besser ist. Das hier hat eine 1.8er Blende, was ein bisschen weniger Licht entspricht. Aber käme ich jetzt auf die Idee zu sagen, das da ist das bessere Objektiv als das da? Nein, sie sind einfach unterschiedliche Objektive. Man nutzt sie für unterschiedliche Sachen. Klar, man kann mit beiden auch dasselbe machen. Und da muss man dann halt mit dem ein bisschen weiter nach hinten laufen. Mit dem muss man ein bisschen näher zu den Sachen hin, die man fotografieren möchte. Aber ich nutze die unterschiedlich. Und der Trick ist einfach immer, man muss wissen, was man mit was am besten machen. Und was viele Leute ein bisschen verwirrt hat beim iPhone, ist eben die Tatsache, dass da hinten dran, das geht immer ein bisschen vergessen, das sind drei einzelne Kameras. Ja, Apple spricht von sieben Linsen, aber am Ende des Tages sind es, der Fachausdruck dafür ist Festbrennweite. Das hier sind auch Festbrennweiten. Mit diesen Objektiven kann man nichts zoomen. Die haben einen fixen Blickwinkel. Wenn man da durchguckt, sieht man immer genau gleich viel. Man kann nach hinten laufen oder nach vorne laufen, dann werden Sachen größer oder kleiner. Aber man kann nicht an einem Rädchen drehen, dass Sachen größer oder kleiner werden. Dafür bräuchte man ein Zoom-Objektiv, wo sich Glas drin verschiebt und Sachen darum näher oder weiter weg sind. Ich habe genau ein Zoom-Objektiv, das da oben, wenn ich hier drehe, bin ich weit weg und jetzt drehe ich wieder und jetzt bin ich wieder ein bisschen näher mit meiner Hand. Das ist ein Zoom-Objektiv. Das hat es aber nicht in den iPhones drin. In den iPhones hat es solche Dinger drin, die genau einen Blickwinkel haben. Ja, die Sony Xperia seit dem Vierer haben tatsächlich ein Zoom-Objektiv, wo sich Glas bewegt. Ich habe ja ein Video gemacht, wo ich das Prinzip der Periskop-Kamera erklärt habe. Da sieht man es. Technisch sehr, sehr beeindruckend, aber nicht in den iPhones drin. Nein, da hat man hinten einfach diese drei Kameras. Warum kann man jetzt aber, wenn man die Kamera-App öffnet, doch zoomen? Man kann ja einfach da mit dem Finger pinchen oder unten mit dem Rädchen drehen und Sachen kommen näher oder gehen weiter weg. Was Apple macht, ist im Prinzip, wir gehen nachher noch darauf ein, dasselbe, was man machen kann, wenn man hier zum Beispiel auf dem iPad dieses Foto anguckt. Ja, das sind die Fotos aus dem Test der neuen iPhones, die ich ja vorgeführt habe. Was sie machen ist, angenommen, das ist das Foto, was die Kamera schießt, dann zoomen sie einfach ein bisschen rein und noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen und so funktioniert das. Das kann man machen mit diesem Reinzoomen, irgendwann geht es dann nicht mehr, irgendwann fällt dann die Qualität auseinander. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, wo wir jetzt nicht groß drauf eingehen wollen. Entscheidend sind da die Megapixel und die Auflösung, weil man kann ja nicht ewig Pixel vergrössern und reinzoomen, weil irgendwann ist es ja dann vorbei. Man kennt das ja aus diesen Fernsehsendungen, wo da jeweils diese Fotos so verpixelt sind und dann sagen sie Enhance und dann wird es scharf. So funktioniert es halt nicht. Digitalkameras haben einfach eine Auflösung, mit der sie arbeiten können und danach kann man da noch ein bisschen reinzoomen und dann kann man ein bisschen näher gehen. So macht das Apple mit dem Zoom zwischen diesen Festbrennbeichen, wenn sie von der auf die hüpfen oder da, wenn man da mit dem Finger so macht, dann vergrössern sie einfach das Bild, was die einzelnen Kameras machen. Bevor jetzt jemand reklamiert und sagt, aber so ist es doch nicht. Es ist im Prinzip schon so, nur was natürlich Apple macht ist, sie machen ja nicht nur einfach ein Foto. Die iPhones schießen Fotos, bevor man den Knopf gedrückt hat, sie schießen Fotos, wenn man den Knopf drückt und sie schießen danach nochmal Fotos und dann fangen sie an zu rechnen. Sie schießen Fotos mit der vollen Auflösung, mit weniger Auflösung und dann werden die Prozessoren glühend heiß und daraus wird ein einziges Foto gerechnet. Ja, das ist da die Fotomagie von Apple. Manche nennen es eben Digital Zoom, andere nennen es Crop. Ich nenne es jeweils irgendwie Fotomagie oder sowas, weil das trifft fast am besten. Ja, aus ganz vielen Fotos wird eines errechnet, darum ist es ja, das ist übrigens noch ein Tipp am Rande. Ich empfehle immer, wenn man Fotos macht, immer in der Foto-App schon so zu zoomen, wie man es gerne hätte danach. Wenn man das nämlich erst nachträglich macht, ist das Foto fertig und dann wirft man einfach links und rechts Sachen weg und hat nicht dieselbe Qualität, wie wenn man es in der Kamera macht. Weil wenn man der iPhone-Kamera sagt, ich möchte genau dieses Foto haben, dann nimmt die iPhone-Kamera alle Objektive, die sie zur Verfügung hat, schießt ganz viele Fotos und rechnet die zusammen, dass man das bestmögliche Bild hat. Darum, ganz wichtiger Tipp, immer in der iPhone-Kamera drin zoomen und nicht nachträglich beim Bearbeiten. Natürlich kann man auch nachträglich beim Bearbeiten, aber dann hat man einfach, außer man schießt jetzt 48 Megapixel RAW-Fotos, hat man immer schlechtere Qualität, weil man dann eben genau diese Fotomagie nicht nutzt. Wenn man dem iPhone sagt, ich möchte diesen Ausschnitt haben, dann überlegt es, wie mache ich das jetzt am besten und darum immer in der Kamera drin zoomen. Aber, jetzt wo wir das geklärt haben, welche ist jetzt besser, fragen die Leute immer. Und ich habe es schon im ersten Video gezeigt, wir können es uns nochmal angucken. Der Trick ist einfach, man muss halt wissen, welches Objektiv in welcher Kamera drin ist oder in welchem Handy drin ist. Hier haben wir das 77 Millimeter, hier haben wir das 120 Millimeter. Der beste Trick in der Kamera-App des iPhones ist es einfach immer, das zu nehmen, was man hier unten angeboten kriegt. Beim Max ist es fünffach. Beim Zweifach, da ist man auch noch gut. Einfach, da kann man auch noch 24, 28, 35 und 0,5. Das sind die besten Punkte, die diese Kameras zu bieten haben. Beim Nicht-Pro ist es einfach dreifach statt fünffach. Und ich kann es euch nochmal zeigen. Das haben die Leute ja teilweise schon gesehen. Also, wenn man die Objektive so nutzt, wie sie sind, hat man einfach immer maximale Bildqualität. Klar, ich kann mit meinem 85 Millimeter auch nachträglich so weit reinzoomen, dass ich ein 135er habe. Aber dann habe ich einfach nicht dieselbe Qualität, wie wenn ich mit dem 135er das Foto schieße. Und das ist halt bei den iPhones auch so. Man hat einfach, was man hat. Und wenn man damit arbeitet, ist gut. Und wenn man was anderes haben möchte, muss man Kompromisse machen. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Das da ist, machen wir noch Bildschirmaufnahme, dass ihr es nachher seht. Das hier ist die Aufnahme mit dem 15 Pro in 48. Die wollen wir nicht. Wir wollen die Perspektive haben. So, hier haben wir den Turm. Und hier haben wir das zweite Foto mit dem Turm. Und das da ist signifikant schlechter als das da. Und wir können nachgucken. Das bessere Foto ist logischerweise vom Pro. Weil wir haben das Foto mit ungefähr 77 Millimeter geschossen. Also der Brennweite, die das Pro hat und das Pro Max nicht hat. Gehen wir rüber. Das ist das Foto mit dem Pro Max, was nicht so gut war. Weil das Pro Max musste hier Kompromisse machen, weil es dieses Objektiv nicht hat. Genau das Gegenteil passiert, wenn wir mit 120 Millimeter fotografieren wollen. Da haben wir dieses Foto. Was ganz solide ist. Und wir haben dieses Foto. Wo wir viel mehr Details haben. Gerade hier in dem Tuch drin sieht man was. Und wir haben viel mehr Details. Viel bessere Qualität. Und logischerweise, das ist das Max. Weil hier hat das Max Heimspiel. Das ist der Unterschied. Und Heimspiel ist das A und O. Software kann wahnsinnig viel. Aber wenn man die Objektive da nutzt, wo sie am besten sind, hat man immer die beste Qualität. Das ist der Trick. Ich kann es euch auch hier noch zeigen. Wo haben wir es? Da. Da haben wir dieses Foto von der Kirche. Und hier haben wir dieses Foto von der Kirche, was viel besser ist. Das Solala-Foto von der Kirche ist wieder das 15 Pro Max mit 75 Millimeter. Also ungefähr dem Dreifach. Das andere Foto ist diesmal aber nicht das 15 Pro. Es ist, schaut mal, es ist das 14 Pro Max. Was eben auch ein Dreifach-Objektiv hat. Wenn man Dreifach-Fotos schießen möchte, sind einfach immer die Handys, mindestens in den letzten Jahren besser, die halt dieses Dreifach-Objektiv haben. Wenn man in der Brennweite unterwegs ist, ist das 14 Pro Max logischerweise besser als das 15 Pro Max, weil das 14 Pro Max hat eben ein Dreifach-Objektiv und das 15 Pro Max hat das nicht. Das hat ein Fünffach. Das muss man einfach wissen und damit muss man lernen, umzugehen. Was auch immer ganz entscheidend ist, ist die Naheinstellgrenze. Wie nah kann man denn mit was rangehen? Das ist ja das Tomatenbeispiel, was ich schon gezeigt habe. Das macht das Fotografieren mit dem Fünffach oder auch mit meinem 135er natürlich ein bisschen schwieriger, weil da kann man nicht so nah rangehen. Ich habe da diese Tomate fotografiert und fand das ganz tolles Foto und habe eben gesagt, ah toll, diese 120 Millimeter Perspektive. Perfekt. Erst beim genau hinschauen habe ich dann gesehen, es hat die Hauptkamera genommen, weil ich zu nah an der Tomate dran war. Wenn man mit dem Fünffach fotografieren möchte, muss man auch wissen, man darf nicht zu nah an Sachen rangehen. Man muss manchmal einen Schritt zurückgehen. Ich war neulich an der Hochzeit und habe mit diesem 135er fotografiert. Ich bin die ganze Zeit nur rückwärts gelaufen, um die Sachen ins Bild zu kriegen, die ich wollte. Ja, Fünffach-Objektive, 135er, 120er sind nicht ganz so einfache Objektive. Da muss man schon ein bisschen wissen, was man macht. Ich habe dann versucht, die Tomate doch noch mit dem 120 Millimeter zu fotografieren und bin zurückgelaufen. Hier ist es mir misslungen, hier ist es immer noch die Hauptkamera. Bin ich noch ein bisschen weiter zurück und hier habe ich es dann geschafft. Hier ist es das 120 Millimeter des iPhones. Den Unterschied sieht man sofort. Das hier ist die Qualität mit dem 120 Millimeter Objektiv. Und das hier ist die Qualität, die man hat, wenn es das Einfach-Objektiv ist und der digital reingezoomt ist. Das ist der Unterschied. Also, welche Kamera ist nun die bessere? Wie gesagt, die, die man gerade hat, ist sowieso immer die beste und wild drauf los fotografieren ist eh immer das beste. Aber wenn man das Maximum rausholen möchte, ist es wirklich ratsam, mit dem 15 Pro Max immer auf das Fünffach zu drücken und mit dem 15 Pro auf das Dreifach zu drücken. Und davon nicht allzu sehr abzuweichen, weil sobald man von diesen Objektiven, die man halt hat, abweicht, verliert man Qualität. Das ist ganz, ganz einfach. Was natürlich immer dazukommt, ist die beste Kamera, die man im iPhone hat, ist immer die 1X-Kamera. Das ist die allerbeste, die hat den besten Sensor und die ist großartig. Wenn ich kann, nehme ich eigentlich immer die. Die Telekameras nutze ich eher für Spezialaufnahmen. Manche Leute nutzen die Tele sowieso vor allem für dokumentarische Sachen, um irgendwie Speisekarten in Restaurants, die da an der Theke hängen, abzufotografieren oder Dokumente in Vorlesungen und solche Sachen. Wenn es um dokumentarische Sachen geht, ist es sowieso schnurzweig besser. Aber wenn es ums Fotografieren geht, es sind einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Systeme, die man kennen muss. Wenn man das Maximum haben möchte, wenn man einfach nur gelegentlich ein bisschen Schnappschüsse machen möchte, ist ja alles gut. Und in der Regel hat man auch nicht beide Handys zur Hand und kann danach vergleichen. Und das muss man Apple ja wirklich zugutehalten. Sie sind sehr, sehr gut darin, diese Räume zwischen den Objektiven halt mit Digitalmagie zu füllen und da zu zaubern. Aber wenn man das Maximum haben möchte, ist einfach der Trick, immer entweder beim Max das Fünffach und beim Pro das Dreifach zu nehmen. Dann ist man wirklich genau da, wo die Objektive am besten sind. Alles darüber heraus wird dann halt mit Software gemacht und gerade beim Max merkt man halt, der Sprung ist schon gigantisch vom Einfachobjektiv direkt zum Fünffach. Da muss die Software wahnsinnig viel leisten dazwischen. Und das sieht man, gerade wenn man in den Bereich des Dreifach- oder Vierfach kommt, da ist dann der Sensor schon ein bisschen an der Grenze von dem, was er noch kann. Und das muss man wissen. Die Frage ist jetzt auch noch, was werde ich im Alltag nutzen? Ich bin ja ein großer Fan von beiden Brennweiten und ich brauche wirklich, gerade wenn man Menschen fotografiert, finde ich dreifach eigentlich das einfachere und praktischere Objektiv. Das würde eindeutig für das kleine Pro sprechen, jetzt in meinem Fall. Das Ding ist aber, ich habe surreal Freude an meinem 135er. Es ist, ich habe es auch schon als Lamborghini bezeichnet, man muss wissen, wie man es bedient, sonst geht es grausam in die Hose. Oder es ist auch ein bisschen wie eine teure Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine. Wenn man sie bedienen kann, ist es toll, wenn nicht, kann es auch grausam in die Hose gehen. Aber weil ich so grausam Freude dran habe, werde ich auch das Max-Modell als Hauptmodell nutzen. Aber man muss schon mit dem Fünffach-Objektiv, um da das Maximum rauszuholen, passend zum Max, muss man schon wissen, wie ein Fünffach-Objektiv funktioniert. Wie gesagt, man braucht Abstand zu den Sachen, die man fotografiert. Und man muss wissen, dass man dann halt im Bereich von dreifach, vierfach bis unterhalb von fünffach nicht die besten Fotos schießt und dass man das besser sein lässt. Aber wenn man mit diesem Kompromiss leben kann, finde ich das Max-Modell ein unglaublich cooles Gerät. Ich habe jetzt wirklich eine sehr, sehr tolle Einfachkamera dabei, eine Ultraweitwinkel, die ich praktisch nie nutze und eine Hosentaschen-135er Objektiv. Ja, es ist ein 120er, aber das macht schon Spaß, mit sowas zu fotografieren. Aber es ist nicht ganz so einfach, damit zu fotografieren. Also da muss man sich schon dran gewöhnen, gerade wenn man dann, wird man dann Ende Jahr sehen, wie viele Fotos die Leute tatsächlich mit diesem 120mm geschossen haben. Es ist nicht ganz so einfach, damit zu fotografieren. Ihr werdet sehen, wenn ihr so ein Max mal dabei habt. Man muss dann schon, wenn man auf Fünffach geht, zack, da ist die Kamera da schon sehr nah. Aber es macht natürlich tolle Fotos. Vorausgesetzt, es war jetzt das Fünffach. Mal schauen, was wir erwischt haben. Nein, ich war zu nah dran. Seht ihr, es war die Hauptkamera. Ich habe das Fünffach nicht mal genutzt. Ich hätte noch ein bisschen weiter nach hinten lehnen müssen. Ja, ihr seht, es ist nicht ganz trivial, das Fünffach wirklich zu nutzen. Aber das kriegen wir alle im Verlauf des Jahres raus, die so eins haben. Falls ihr noch Fragen habt, immer her damit. Falls ihr Sachen habt, die ihr auch noch besprochen haben wollt, immer her damit. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raffel hat praktisch nochmal dasselbe gesagt, nur diesmal noch länger als das letzte Mal. Daumen nach unten. Ja, ist Sonntagmorgen, da darf man auch mal ein bisschen länger plaudern, finde ich. Und ich spreche sehr, sehr gerne darüber, wie man fotografiert, was die Technik macht. Und ich rätsel auch jeweils ein bisschen, wie Apple das hingekriegt hat. Das macht schon großen Spaß. Und das ist ja das Wichtigste hier bei YouTube. Mindestens für mich. Aber wer so lange zugeguckt hat und jetzt erst Daumen nach unten drückt, naja, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Auf jeden Fall Abo abschließen, wer noch nicht hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, was dann vermutlich nicht mehr ganz so lang und ausführliche Fototheorie und solche Sachen sind. Also, bis gerade.